Hm. Oh, warum sehen wir so gut aus? Wir haben uns am Eisprung, deshalb... Ach, deswegen sind wir gerade so fresh and so clean. Mhm, wir sind gerade total im Einklang. Ha, ich sag's euch, wie es ist. Ich will vögeln. Ja, ich bin dabei, aber bitte ohne Gummi, damit ich das Nest ja auch nicht umsonst eingerichtet hab, ja? Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das so die beste Idee ist? Ach, der Typ, den wir gestern im Laden gesehen haben, war so süß. Bumms ihm. Ja, relativulett. Sag mal, was ist denn los mit euch? Naja, es ist Eisprungzeit. Wir sind halt in Stimmung. Das merke ich, aber bitte beruhigt euch, wir haben seine Nummer eh nicht. Ach, dann halt irgendwen anders. Ähm, wir haben auch sonst niemanden zur Auswahl. Was? Ja, im Moment hab ich halt mit niemandem Kontakt. Ist da nicht irgendwer in deinen Nachrichten? Nope, hier ist absolute Leere. Können wir nicht einfach unseren Ex kontaktieren? Joa. Das wär definitiv keine gute Idee, das wissen wir alle. Ach, Hauptsache irgendwen. Leute, beruhigt euch, wir sind doch für ein bisschen spaßlich auf einen Typen angewiesen. Natürlich sind wir das, wie soll denn unser Ei sonst... Ach so. Alright, let's go. Das ist doch echt eine Scheiße mit euch allen.